Oh, da ist auch einer. Scheiße, ich hasse Leute, ich schwitze. Wo ist Ihr Büro? Die Treppe hoch und heils Maul. Oh, du bist ja so von dir überzeugt. Mein Gott, wie ein altes Ehepaar. Heils Maul, und tschüss. Scheiße, das ist noch unglaublich, dass immer was wir sehen. Äh, genau in den Kopf und... Aber ich glaube, das hat... Nein, die haben nichts gehört, die Musik ist gut laut. Kane, was machst du denn hier? Bitte, reg dich nicht auf. Bin überrascht, dich zu sehen. Wer hat dich reingelassen? Ich hab mich reingelassen. Weiß mein Vater, dass du hier bist? Das glaub ich eher nicht. Also, warum kommst du zurückgekrochen? Yoko, ich brauch deine Hilfe. Warum sollte ich dir helfen? Das wagst du nicht! Das reicht jetzt. Wow, sie schläft fest. So hart hab ich doch gar nicht zugeschlagen. Das erleichtert uns die Arbeit. Was soll die Scheiße? Alles rein geschäftlich. Ihr Vater hat den Koffer, Lynch. Du hast gerade dafür gesorgt, dass deine eigene Tochter entführt wurde. Da läuft die Brühe runter. Was geht denn? Was geht denn? Was ist denn da? Das heißt... Du hast das alles geplant. Du verdammter Irrer. Schaffen wir sie hier raus. Pass nur auf, dass sie mich nicht erschießen. Okay. Was geht denn? Was ist denn? Was ist denn da? Jetzt geht wahrscheinlich gleich die Schlacht los. Ah, da sind sie schon, wusste ich es doch. Ach, ich schieße auch noch gegen die Wand. Hier, hier, Kane. Kann man eigentlich auch die Lichter ausschalten? Nein, wir spazieren ja einfach raus. Jetzt haben wir noch mal eine. Oh, wer schießt denn da? Einige laufen schon weg, oder? Nee, noch nicht. Was haben Sie denn? Ich sehe niemanden. Oh. Oh, ich sehe gar niemanden. Scheiße, scheiße. Der Mistkerl hat ihn geklaut. Alles klar. Nochmal. Schaffen wir sie hier raus. Pass nur auf, dass ich mich nicht erschieße. Jetzt muss ich die erstmal ausschalten. Jetzt mache ich das ein bisschen anders. Den hier. So, nehmt die Waffen von denen. Dann kommt hier jetzt der gleich hoch. Ist auch erledigt. Dann schieße ich einmal in die Luft. Bäh. Die hauen ja gar nicht ab. Dann schieße ich mal. Dann schieße ich mal. Dann schieße ich mal. Jetzt. Jetzt. Ja, da könnte ich jetzt... Nein. Okay, erledigt. Durch die Menschenmenge geschossen. Ich habe mich auch gekillt. Boah! Da ist er. Tschüss. Und er ist auch weg. Wieder ein Schuss durch die Menschenmenge. Was für ein Gewusel. Heftig. Das war der letzte, glaube ich. Okay, Lynch ist auf dem Weg. Scheiße, ich muss mir sagen, man ist kurz vor. Uah! Uah! Mann, 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 Mann. Verspricht dir. Verspricht dir. Verspricht dir. Verspricht dir. Verspricht dir. Verspricht dir. Wie war das? Na, vergiss es. Hahaha. Das ist selbstgesprächig. Komm schon, lasst mich durch. Jetzt fängt das Ganze auch noch an zu ruckeln. Blödes Frups. Sorry, Leute. Liegt wieder mal an Frups. Das ist sogar auch so ein Billigspiel. Anfängt zu ruckeln. Echt schade. Wow. Ah! Schon wieder tot. So eine Scheiße. Ich muss Lynch beschützen. Ich habe gar nicht auf Lynch geachtet. Kriege ich auch mal eine andere Waffe. Das wäre echt... ...vorteil echt. Diese blöden Pistolen. Das bringt echt nicht. Nein, ist er. Der hat vorher Lynch getötet. Ich hoffe jetzt... Wo? Irgend... Ich sehe nur Gewusel. Oh Mann. Ah, da. Dann der Penner. Junge. Ich sehe nur noch Menschen. Da. Oh nein. Jetzt habe ich eine Unschuldige getötet. Na ja, gut. Ich bin sowieso schon ein Massenmörder. Was soll's. Ah! Ah, da ist auch einer. Vielleicht kann ich ihn so killen. Perfekt. Der ist tot. Auf. Hochruf, hoch, hoch. Ist ja niemand. Auf der anderen Seite ist auch niemand. Alles klar, auf zum Ausgang. Wie läuft der denn so affig? Jawoll. Jawoll, Lynch ist hinter mir. Weißt du, wer ich bin? Wo ist das verdammte Klebeband? Ich bin Hettomotos Tochter. Achtung! Ja, hey. Wir müssen zu ihr. Hettomoto? In was hast du mich da reingezogen? Warum hast du mir nicht gesagt, wer sie ist? Weil du sonst gekniffen hättest. Gekniffen? Ich hätte gar nicht erst mitgemacht. Reiß dich zusammen, Mann. Wir müssen hier raus. Jetzt geht's bestimmt gleich wieder ab. Scheiße. Die Fenster! So blöd ist sie nicht. Kommt drauf an. In einer Stunde wimmelt es hier von Bullen. Oh, Mann. Runter gehen. Ah! Verdammt nochmal! Ganz ruhig. Ja, dann helf mir! Wir brauchen dich hier. Schon fast. Nee, doch nicht. Äh... Wir brauchen dich. Dann gehen wir Restaurant auf deinem Lewith auf.